Geöffnet. Kommt die Spinne eigentlich mit? Nö, ne? Nö. Doch, die kommt mit. Was liegt denn hier? Ihr müsst noch mit ihm reden hier, ne? Dietrich! Nein! Wer? Ich musste gerade eben noch mal mit ihm reden hier. Hey, da steht doch keiner. Doch, der Neramo steht hier. Hier steht keiner. Nee, ich seh den gar nicht. Ich auch nicht. Hä? Ist das eine andere Quest? Ich geh mal kurz zurück. Ah, der sitzt hier. Dann habt ihr gar nicht richtig angenommen. Ich habe die Spinne wieder zusammengebaut. Aber ich muss sie kontrollieren. Ja, der schwirrt immer dasselbe wie vorhin. Hä? Ach jetzt. Das ist seltsam. Ja, manchmal... Aber jetzt sagt er, es funktioniert. Genau. Es war ja der gleiche Text wie vorher auch, ne? Was sagt denn, ob er einen Tunnel mit mir ist? Hm. Hä? Er sitzt da trotzdem nicht. Da steht keiner. Ach, hier. Bei mir steht er hier. Da. Nee. Bist du. Hä? Wahrscheinlich, weil du weiter bist. Das ist ein Spieler. Ja. Ich finde, das sieht aus wie Dark Project. Das Spiel. Treffe ich euch eigentlich, wenn ich hier rumschlag? Nee, ne? Ich sammle hier gerade alles auch hier. Das ist so übel. Ich kann es nicht. Mach nicht zu viel. Ich kann es nicht anders. Dann weiß ich ja nachher gar nicht mehr, wohin damit. Ich bin so ein... So, welche Richtung gehen wir zuerst? Ich würde sagen, hier links. Hä? Guck mal. Habt ihr die Quest immer noch? Links rum? Ja, aber irgendwie haben wir die Quest immer noch nicht so richtig. Hä? Es wird gar nicht auf der Karte nichts angezeigt, wo wir hin müssen. Wie ist das bei dem, Markus? Kann doch nicht sein. Ihr müsstet die Quest haben. Also, ich müsste normalerweise wieder rausgehen. Ja, ich auch. Es wird hier draußen angezeigt, hier oben. Ja. Ja. Ja, bei ihm wieder. Jetzt sag ich mir nicht, bei euch ist die Quest verbacken. Weil das passiert nämlich auch ab und zu nah. Ja, habe ich hier. Okay, ich gebe es wieder. Ja, steckt es rein. Wohl. Ab in den Tunnel mit dir. Öffne diese Tür. Jetzt soll ich die Tür öffnen. Endlich. Ja, ich auch. Der Typ, hier öffnet euch die Tür. Also, das Teil, was bei mir hier... Seht ihr dieses komische kleine Roboter-Ding hier? Ne. Was hier hinten war, das ist zum Teil? Ah, jetzt steht er da. Ne, bei mir ist nicht. Hä? Da musst du warten, Annika. Deshalb hatte ich es mit dem Reden, bis du sagst, geht jetzt durch die Tür. Jetzt, das habe ich ja gemacht. Wie ihr seht, war oberhaupt Boseks Vertrauen in meine Fähigkeiten nicht... Ja, warte ich noch ein bisschen länger. Ebenso wenig, wie das meine in eurem... Hat es bei dir geklappt? Könntet ihr mir wohl bei noch einer Sache helfen? Ungeachtet des Alters dieser Ruinen, vermute ich, dass es hier die üblichen Verteidigungsvorkehrungen geben dürfte. Ich bin gefahren, nichts erzubehört. Dann sagt er, öffne diese Tür. Wärt ihr vielleicht so freundlich, die Ruinen zu erkunden, um in ihnen nach etwa... Nimm mal nicht andere Generatoren zu suchen. Hm? Wollte ich das gar nicht. Ah, jetzt abgeschlossen. Beobachtet den Nero. Ah, ich hätte noch mal schon warten müssen. Oh, ich schätze, ich bin der Einzige, der sie so nimmt. So, jetzt steht er auch da. Noch nicht, genau. Sich frei versorgen, der Dynamo-Kern klingt vielleicht hochtrabend. Aber die Twemer haben sie so gebaut, dass sie über Generationen halten. Ich nenne sie deshalb Generatoren, um ihre lange Laufzeit zu ehren. Da habe ich eigentlich die ganze Zeit meine Waffe in der Hand. Meine Püte gar nicht mehr... Äh, weglegen irgendwie. Warte, warte, Opa. Sucht nach der Ursache für den Ausfall. Guck, ich habe nämlich auch Heilungsstab, um die Spinnen jetzt auch heilen. Sie kümmert sich dann um den Rest. Wir sind auch Heiler. Hm. Was soll ich nicht annehmen eben? Es ging das. Ist erst angenommen. Ich habe einen Ahorn-Flammenstab. Genau, den habe ich ja auch. Irgendwas anderes? Aha, ein Heilungsstab. Auch sowas. Aber Ahorn-Flammenstab. Ja, ich habe erst noch den Flammenstab. Seid ihr alle soweit? Ich kann aber auch... Ja. Oder noch nicht, Tats? Ich gucke gerade, was ich schon machen habe. Äh. War ich mal. Ja, das, was zu deiner Klasse passt. Und vom Level her am höchsten ist. Hm. Nicht auch so, welche. Was ist los, ja? Gehörtet ihr dazu? Ja, ja. Diese Räder brauchen wir, damit wir Tiere haben. Ja? Denk mal, Repetil-össchlichen Generation. Da brauchen wir bestimmt diese Räder. Ach, das Gerät kommt immer mit jetzt hier. Ah, eine Spinne. Ja, ja. Genau. Stufenaufstieg. Nice. Hm, liegt was? Oh. Und jetzt denn? Kannst du eine Sammeln ohne Ende hier. Ach, hier drüben. Hier drüben ist irgendwo. Na. Hast du das genommen? Ich geh zu Grunde. Hast du das genommen? Ich zähle das für alle. Ja? Ja. Warte, wo bist du? Ich sammle Quarz. Entschuldigung. Du hast gerade angegriffen, aber egal. Ich? Ja. Wo? Ach, da ist er da. Ich hab ihn gar nicht bemerkt. Soll ich jetzt mal nach drüben, oder? Ja. Das ist noch was. Ja. Ach, hier. Ich bin ja Roboter hier. Cool. Oh ja. Hä? Hast du hier kommt? Ja, hier ist irgendwas. Neben. Ich hab'n Roboter hier an meiner Seite. Ja? Ja. Ich hab' auch einen hier. Warte, wo bleibst du? Ich, ich komme, ich komme. Ich bin hier. Oh, bin ich umgekackt. Du hast'n Rohr zwischen bei mir. Ich kann grad nicht irgendwie angreifen. Jetzt. Sieht so wenig hier. Ach toll. Hier rüber. Ich nenne mich hin. Hier nicht was. Oh, nee. Hier. Na, guck da jetzt. Was machst du jetzt? Ich hab' hier... Oh, da liegt mir noch... Eben. Kannst du nämlich mehr als eine Untersuchung machen. Ja. Okay. Wo müssen wir an Längs jetzt? Hier liegt auch. Ja. Da, ne? Da liegt was. Nice. Ja? Wo? Wissen wir schon wieder. Ich hab'n Käfer untersucht. Ah, ich kann mal dich hinsetzen. Cool. Aber da kann nur einer sitzen. Ja. Anfangs gab's irgendwie was... Was heißt sitzen auf Englisch nochmal? Ja, da konntest du verschiedene Südraten machen. Und jetzt wieder in der Mitte. Und jetzt wieder in der Mitte. In der zentralen Kammer. Ja. So viele... Uh. Wah. Ah. Gott. Boah, der viele Sachen. Ja, ist er ja. Oder er. Ach, jetzt steht er hier. Hervorragende Arbeit. Bezahl. Atmet wieder. Jetzt zu einem persönliches... Ja, klar. Ja, ne? Hm. Na schön. Na schön. Wir müssen herausfinden, wo genau sie ihr Leben gelassen haben. Auf der anderen Seite dieser Tür könnten noch mehr Konstrukte warten. Hä? Wie was ist denn? Was willst du denn hier? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Letzi? Ja? Guck mal Marcel seinen nächsten Status an, wenn er nachher mal Zeit hat. Ja. Nichts zum Looten hier? Gut. Oh, Dietrich. Dietrich. Hä? Verdammt, hier kann man Looten ohne Ende. Die Baupläne waren hier. Jemand hat sie weggenommen. Ich bezweifle, dass sie entkommen sind. Diese Aufzeichnungen sollten entscheidend zum Verständnis der Baupläne beitragen. Mein Bruder sollte das entziffern können. Interessant. Sucht weiter nach den Bauplänen. Ich gehe doch in den Bäldern aus. Wanns du, es wird jetzt schwieriger? Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Hä? Ich seh auf. Habe ich die andere Tür gar nicht? Hä? Habe ich die andere Tür gar nicht, sag ich. Habe ich die andere Tür gar nicht, sag ich. Habe ich die andere Tür. Habe ich die andere Tür. Habe ich die andere Tür. Ach, da liegt was für mich da. Welche? Muss man denn zuerst? Lässt du das Tagebuch des Toten Wandes? Cool. Wir müssen später angefangen. Oh, da nehmen wir dann die Tür. Oder was meint ihr? Hier. Ich glaube es ist einer dasselbe Tür, glaube ich. Keine Ahnung. Was ist das denn hier? Ich in den Dampf reinkommen. Achso. Und dem Dampf ausweichen. Na. Äh. Ja. Ja. Das wollte ich nicht. Ich hab's erwischt. Haha. Echt durch. Tauschen? Hey. Ah, drüben der Weg war leichter. Da ist gar nichts. Nein. Ja. Da, ey. Woohoo. wie also hier weit gespeichert man eigentlich was geht automatisch cool da war minecraft nicht reinfallen da stirbst du auch das sieht schon geil aus Autsch! Hier ist Unterhalt! Unterhalt! Und nochmal! Genau! Komm, wir helfen dem dafür mal! Oh! Oh, so viel Loot! Das ist echt übel! Fast wie ein Gold. Hast du ein Gold eingesammelt? Ja! Oh, ach, ein Blitzschlaf! Blitzschlaf! Oh, der hat mehr, der hat mehr! Juhu! Ich bekomme! Ein Gegenstand! Ein Dietrich in der Urne gefunden! Juhu! Wenn du Dietrich findest, dann kannst du damit Truhen aufmachen! Okay! So und hinten solltest! Kommst du mal bitte hier rüber? Guckst du mal hier, ob du hier auch ein Euro? Äh, ein Euro! Guck mal, ob du hier auch ein Euro kriegst! Hier! Hier oben drinne? Bei dem Toten Vieh hier! Ah, hier was zum Lesen! Bei dem Toten Vieh hier, ob du da ein Euro kriegst! Los, hol dir jetzt den Euro! Der ist schon tot! Bei mir! Ja! Mit E durchsuchen? Der ist nix mehr! Der ist... Der ist tot, der ist... Hat ich! Mit E durchsuchen? Ob da da ein Euro drin heißt? Ne, der ist tot! Da leuchtet gar nichts mehr auf! Okay! Bei mir leuchtet er immer noch auf! Mein Lootfinger war zu schnell vorhin! Was denn? Ich muss aber gucken, ob ich auch andere Anziehsachen finde! Ich hab hier einen schicken Ausschnitt! Was? Ja, krass, ne? Eher! Sieht echt schick aus! Ah, da seid ihr hier! Ich wollte gerade kommen und, äh, euch helfen! Ihr habt doch hoffentlich gefunden, wonach wir suchen! Der Rano starb! Oh, der hat noch mehr! Die Baupläne sind endlich mein! Vermos! Damit stehe ich in eurer Schuld! Ich habe da eine Idee, wie ich sie begleichen könnte! Ui, oh, klasse! Können wir hier mal ganz kurz Pause machen? Ich muss noch ganz kurz super machen! Können wir machen? Ich... Wir müssen doch auch mal gucken, was ich am Affen nehmen kann und sowas! Okay! Das ist aber ein Schaden, ne? Ja! Ja, ja! Weil wir dann sozusagen fehlen können! Ja! Die Fähigkeit durchstoßen! Ja! Ach, ja! 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 Ach, ja! 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 Ich bin so ein Schaden! hierbei bei waffen kannst du auch noch mal punkte und dann machen ich kann mich anziehen was du kannst dich anziehen der rüstung nein das meinten jetzt nicht dass da durchstoß derzeit hat da drüben sehe ich das ok das ist mit einem schwert heilungsstab und zerstörungsstab kann ich noch gar nicht plus auf einer welt was mache ich dann jetzt hier kosten so was leuchtet denn hier soll da gleich rein total nach hafen hier sind ein knuppen koperschenkel ist ein pizzen wie brauchst du später fürs kochen ich weiß ich zieh mich gerade mal an ich habe nicht zu holen toll ich hab mal sandalen auch mal schuhe ja das klappt doch mit dem sitzen ausgerüstet mit 1 zu 2 zu 3 zu 4 zu 5 so sieht man das nice ausgerüstet oh Oh. Ups. Ne, da war's. Das wollte ich jetzt nicht. Hier hat sich das Bett. Okay. Ja. Jetzt bin ich wieder da. Wie war das? Guck mal. Huch! Oh Scheiße, ich hab mich festgebracht. Nein! Bist du denn? Ach, da hinten. Hey, ihr da! Hey, ihr! Huch, jemand. Wo? Hä? Weiß ich nicht. Als ich zu derer hingegangen bin. Ah, da hinten ist jemand. Dieter. Hier ruft ihr. Hier ruft. So, glaub ich die da. Du siehst keine. Du siehst keine da? Markus? Warte, ich hab mich halt umgezogen. Nee, ja. Ich komm. Ich beeile mich. Guck mal, ob du die siehst. Äh, links, rechts, da. Hier. Siehst du die? Soll jemand stehen, aber ich sehe niemanden. Nee. Nicht? Nee. Hä? Dann ist das für mich wahrscheinlich nur. Kann man irgendwelche Attributpunkte oder sowas vergeben hier? Wisst ihr das? Hm. Was? Attribut oder Skillpunkte, kann man sowas vergeben hier? Ja. Unter Fertigkeiten. Ähm. Unter F, ne? Nö. Okay, warte mal. Charakter. Warte. F. K. Warte, ich komm mal zu dir rüber. Fertigkeit ist unter K. Ah, okay. Brauchst du sagen. Das ist weg. Jetzt krieg ich mich hoch. Guck mal C. Warte raus. Genau. Guck mal C. Hm. Ach, Attributpunkte. Ach, Attributpunkte. Ach, Attributpunkte. Kann ich Ausdauer, Leben und Magiker. Äh, es kommt drauf an, was für eine Rasse bist du? Äh, so ein Rothaar-Dings-Boomster, ne? Warte, wo eine Nachtklinge auf die Funktionen ist. Ja, magisch zu leben und Ausdauer, also Magiker. Ich warte mal ein bisschen, ich sammle die noch. Ich sammle die noch. Ja? Ja. Ah. Und was soll das für? Anklicken. Ah. K. 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 dann guck ich mal ein bisschen nach je nachdem was die Verwaffen hat aber als Nachtziele ist eher halt so auch wieder wenn da wird nach dem Boden ich mach das noch alles das ist gut dann ja gut ok zu Das ist gut. Wieder da? Ja. Wo bist du denn? Hinten. Du bist so leise. Ja, ich bin hier. Ich dachte, ich mache jetzt schnell mal meine Quester, die ihr nicht gesehen habt. Habt ihr jetzt dann auch die gebrochene Speerspitze? Betretet das Grab? Ja. Die Mannschaft der Speerspitze habe ich. Gebrochene Speerspitze haben wir ab. Ich habe auch die gebrochene. Ist das irgendwie unterschiedlich? Ja, oder was? Irgendwie. Feinst du? Ja, gut. Wir können uns ja auch nachher wieder treffen irgendwo. Genau. Dann folge ich dir mal. Oh, ich bin durch den Pferd gelaufen. Ich bin durch den Pferd gelaufen. Ach so, hier. Das Zeug hier. Warte, das ist gelb. Ja. Das braucht man irgendwann später mal, wenn man Rüstungen und so weiter macht. Hm. Kann man eigentlich Sachen verkaufen irgendwo? Na klar. Das ist gut. Das kann man? Ja. Sachen verkaufen. Das sind überhändler. Genau, zu viel gesoffen, wa? Ach, der Typ. Sie ist fort. Ich werde sie nie wiedersehen. Der Typ da sitzt. Bitte, helft mir. Sie haben meine Iriana gestohlen. Boah, krass. Eine Horde verdammter Seedrachen hat unser Lager angegriffen. Ich rede gerade mit dem Püten. Sie ist auch direkt geschätzt. Ich bin nicht irgendwo mal erhöht. Ich bin nicht irgendwo mal erhöht. Dann haben die Seedrachen angegriffen und sie zusammen mit Schamal entführt. Ich werde sie nie wiedersehen. Er ist ein kajitischer Barde. Ein Freund von uns. Als ich wieder zu mir kam, war er fort. Vielleicht haben sie ihn schon getötet. Schwer verrundet. Was soll mir jetzt nur tun? Nichts. Wir können kein ganzes Seedrachenlager anfangen. Wir haben gekämpft. Aber es waren einfach zu viele. Ich habe Iriana verteidigt, solange ich nur konnte. Aber dann wurde ich niedergeschlagen. Ich habe gesehen, wie sie sie weggeschleift haben. Ich kann mich kaum bewegen. Diese Bastarde haben mich für tot gehalten. Ja, aber das kann ja sein, dass du in einem anderen Gebiet vielleicht schon weiterkommst als ich. Weil, ähm, es ist so, dass du ein komplettes Gebiet erst mal fertig haben musst, eigentlich, um die nächsten wiederzukriegen und so. Mhm. Kann auch sein, dass ich irgendwo Quests vergessen habe. Deswegen habe ich ja überlegt gehabt, ob wir alles zusammen einen Charakter erstellen lassen. Hm. Was? Man kann nicht kochen. Nice. Ja. Ja. Wo? Aber auch nur, wenn du die Zutaten hast. Weißt du, wohin? Ja. Ja. Freue ich dir mal. Wenn das nicht.